So, die Schnecke habe ich noch hier. Was macht die da? Ja, ich habe die Schnecke auch. Die sammelt Sachen auf, die du eventuell nicht kriegst. Okay. Mann, du Drecksfisch, friss was! Ich kriege hier zu viele, ey. Was soll denn das? Du hast keinen Hunger, oder? Ja, fickt euch! Ich schmeiße das Essen hier nicht an das Scheiß-Dings, dass ihr das nicht nehmt, hier. Der weichte meine Kekse aus, hier sind doof, oder was? Jetzt ist er fett geworden. Ich glaube, irgendwie haben die keinen Hunger. Die bewegen sich den Scheiß weg. Alien-Tron-Scheiße. Okay, Enemy, Enemy and Project. Muss das Engel töten, ist ja hoffentlich klar. Oh ja. Töten, einfach nur an die Ohren, was macht der hier? Läuft! Mach das nie wieder mit mir, Alter, so ein verkacktes Spielspielen. Geil, Herzinfarkt kommt so ein viel auf mich zu. Ja. Ich dachte, das wäre vorher das chillige Spiel, aber was ist das denn für eine Logik? Jetzt hänge ich immer Quarum in der Kopie-Aliens. Ja, warte mal ab, das wird noch viel abgefuckter, das Spiel, Mann. Fresst! Fresst! So, es ist jetzt nach meiner Uhr 42, wir spielen bis um 15 Uhr genau. Ja, es muss bis um 15 Uhr geduscht sein, aber es passt schon, ja. Gewehrt werden die Punkte, oder was? Hä? Das Level, oder das Geld. Wer weiterkommt, wer jetzt weiterkommt, Alter. Okay. Geht auch ein bisschen auf Geschwindigkeit. Zum Schluss zählt der Screenshot. Ja, okay. Weil man hier einen drin machen kann, hoffe ich mal. Ja, wenn nicht, gehen wir einfach ehrlich zueinander, oder? Na sicher. Alter, wird doch mal dick du voller Fisch, was soll das? Was ist das denn hier, Antibiotika, oder was? Ja, du kannst es auch noch leveln, ich glaube. Die Qualität, okay. Du kannst es auch noch so machen, dass du deine Fische dann später... Kommt schon wieder Gegner hier, so ein Feind. Was ist der Alien? Weiß ihn nicht, aber mir kommt auch einer. Was macht der? Will der Fische fressen, Alter? Will der Fische fressen, Alter? Nein! Wie weit bist du mit dem Ei? Na, na wieso, wieso, wieso Ei? Ja, ich denke, das geht nach dem Ei. Ich denke nicht. Machen wir nur ein Level, oder was? Durchzocken und danach punkten. Nein, nein, wir haben gesagt, wer am weitesten kommt, und ich mach das halt anders jetzt. Ja, läd sie die Level weiter, oder alles andere an punkten? Dann, komm sie weiter, du kommst einfach. Okay. Du kommst jetzt zählen, was auch immer gemacht ist. Okay. Ich habe gar keinen Hunger hier, Wichser. Deine auch nicht, oder was? Du lachst ja alles liegen. Scheiße. Ich bin wieder so ein Schwanz, Wichser. Alter, Fisch gefräsen, was soll das? Was ist denn da, oder was? Wie soll man hier auf einen coolen Fisch kommen? Nee, gar nicht. Schon kapiert, Mann. Die Agents sind ein bisschen arg scheiße. Da hat der hier gesagt Fressen von dem Hintergrund. Ich weiß, was gucke ich hier nicht zum Spaß rein. Tank 1-2 steht links unten. So. Level beendet. Und wie du sagst, nicht irgendwie, wer da kommt, ne? Okay. Und wie du auslösst, braunen Perlen. Nur, dass du das schon mal weißt. Okay, okay. Diese Upgrades, die ich da kaufe. Zehn die für alle Level? Nein, die kaufst du in jedem Level wieder. Nein. Doch. Scheiße. Das ist ja der Sitz an dem Spiel. Geht immer wieder verbraucht. Okay, okay. Please wait. Nico ist so Osterei. Dann mal los. Was macht das Ding hier? Keine Ahnung. Das ist einfach da. Yeah, Alter. Fisch. Ich friss ja nicht mal aus dir oder aus, Alter. Wie viele Fische hast du? Äh, jetzt 5.